Wuhu! Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner 150. MovieStarPlanet-Folge. Ja, es ist schon wieder soweit. Mir kommt es erst gerade vor, es hätten mir die alte Sachen verlosen gemacht. Ja, ich bin Fett Niri vom Fettspiel-Team übrigens, falls ihr mich noch nicht kennt. Ja, ich muss mich natürlich erstmal bei meinen ganzen Fans bedanken. Und ihr seht, ich feiere hier schon eine dicke Party in meinem Partyraum. Zusammen mit, wo ich jetzt leider den Namen nicht lesen kann, Kalkansümei68089 feiere ich eine Party. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr so treue Fans seid und immer noch meine Let's Plays guckt. Und ich hoffe, das geht auch noch weiter so in die nächsten 100, 200, 300 Let's Plays. Also, ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank an euch Fans da drauf. Und ich habe mir natürlich auch was ganz Besonderes überlegt. Ja, ich dachte mir, wir machen eine XXL-Mail-Time. Ja, und dann werde ich das auch richtig machen. So, ich bedanke mich jetzt erstmal, weil ich sie nämlich aufgefordert habe zum Tanzen. Und noch tschüss. Tschüss. Gut, und dann gehen wir mal zu meinen Geschenken. Mein Profil-Geschenke. Ja, jetzt geht es ab. Hashtag, Hashtag, Hashtag. Herzchen. Ich muss das ja dann auch alles anziehen, ne? Genau. Geometric Mist tragen. So, ich habe jetzt einen Rock an. Sollte ich mich vielleicht davor, ich ziehe mich am besten davor aus, dann kann ich das nämlich alles wirklich übereinander anziehen. So, schaffe ich einen Look von Fat Miri. Kann ich mich jetzt nackt erschaffen, sozusagen? So, ohne alles mit Glatze. Geht das? Ja? Schuhe? Okay, ist das jetzt mein Look? Bitte zieh dir etwas an. Die Haare? Okay. Bitte zieh dir etwas an. Okay. Ähm, was ziehe ich mir da an? Eine Kette? Na, okay. Ich brauche ein Oberteil. Dann nehmen wir jetzt schnell ein Oberteil, ähm, dann ziehe ich doch wieder mein Kleid an. So, okay. Das müsste dann sein, genau. Und das ist jetzt mein Clean Look, weil ich nämlich nichts anhabe. Ähm, speichern, tragen und jetzt kommt alles oben drauf, was ich jetzt anziehe. Obwohl, glaube ich, ein Oberteil und eine Hose besser gewesen wäre, weil das dann ersetzt wird, oder? Ist das besser? Ich habe noch nie, also ich habe schon mal Mailtime gemacht, aber da habe ich ja nicht die Sachen angezogen. Ähm, okay, wir löschen den. Ja, möchte ich löschen. Okay, Look würde gelöscht. Schaffe einen neuen Look. So, das probiere ich nochmal. Schaffe einen neuen Look von Fat Miri. Ja, und dann ziehen wir mir jetzt einfach das hier an und die, und den Rock, den ich gerade geschenkt bekommen habe. Okay. So, das ist jetzt mein Test. XX Mailtime. XX L Mailtime. So. Speichern. Den kann ich ja danach wieder löschen. Der ist jetzt nicht so schön, finde ich. Aber gut. So, Mailtime wird gehashtaggt, aber, ja. Gehen wir weiter. So, also Hashtag, 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 Herzchen. Schenkt mir noch eine Frisur. Dann werde ich die auch mal gleich anziehen. Wuhu. Yeah. Rania 0000. Schenkt mir, Achtung, was schenkt sie mir? Konnichiwa Punk. Das muss ich jetzt natürlich auch tragen. Ähm, oh, jetzt hat Mist. Jetzt habe ich das vergessen zu tragen. Oh, das tut mir leid. Spezielle Grüße von Schwarze Katze. Ja, danke. Es war, glaube ich, ich sehe die gerade im Raum, wo man den Namen nicht gesehen hat. Vielen Dank dafür. Kann ich sehr gut gebrauchen. Ich bin ja immer noch auf dem guten Weg in Level 30. Ich hoffe, ich werde das vor meinen 200. Let's Play schaffen. So, ich wollte das noch tragen. Geht das noch? Egal, okay. Rina Stern. Was schenkt sie mir denn Tolles? Achtung. Robot Shuffle Kopf. Oh, jetzt habe ich den. Oh Mann, ihr müsst mich daran erinnern, weil ich den tragen muss. So, jetzt hier. Diamond Joker. Das muss ich tragen. Ja, sehr schön. Habe ich gar nicht an, oder? Wo ist denn das? Ich sehe das gar nicht. Diana Markus 5 hat mir. Oh, die ist cool, die Sonnenbrille. Dankeschön. Guck mal, wie cool. Ja, da kann man ganz verrückte Looks entwickeln sich daraus. Larissa Lali. Was schenkt sie mir denn Tolles? Ein Music Amplot. Den kann ich natürlich jetzt nicht anziehen. Aber ich kann ihn in meinen Raum stellen. Wo haben wir denn denn Party M Flyer? Wo ist er denn? Da ist er. Hier, so. Da steht. Oh, jetzt habe ich hier die ganze Limo verschoben. Ja, da passt er doch gut hin. So, gespeichert. Das steht jetzt in meinem Raum. Und ja, das mache ich natürlich alles Dank für meine ganzen Fans. Auch für die ganzen Geschenke. Schon mal vielen Dank. Ja, dann geht es ja richtig ab hier. Ich habe so viele Geschenke. Das ist so verrückt. Achso, meinen Raum schließe ich mal, weil dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs, was das Laden angeht. Ghosty Girly 465. Ich müsste eigentlich 150 Geschenke aufmachen, ne? Ich zähle mal nach, wie viele Geschenke ich eben aufgemacht habe. Moment, 150 Geschenke. Da haben wir noch ganz schön viel vor uns. Ich werde das noch mal ein bisschen schneller machen. Sonst sitzen wir ja wirklich noch eine Stunde hier. Ghosty Girly 465. Sechs Geschenke habe ich bereits. Sieben. Sessi Silk. Ich habe mir jetzt noch eine Strichliste angelegt, wo ich jetzt immer einen Strich machen werde. Turn it up. Oh, ich habe sie jetzt gar nicht dran. Oh Mann, ich vergesse das immer. MarikaLolly12. Vielen Dank dafür. Victoria Bonneson schenkt mir eine schicke Hose. Die werde ich natürlich auch gleich anziehen. Also, ich habe jetzt plus drei Sachen geschenkt bekommen, ne? Ja, dann geht es weiter mit John1004. Was hat er natürlich... Oh, das sieht sogar richtig schick aus mit dieser pinken Hose. Zum Raum werde ich jetzt nicht jedes Mal gehen. Aber Juwel 22. Was hat sie für mich... Oh, guck mal. Was ist das denn? Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Verrückte Sache. Ariana Madison schenkt mir Natural Call. Äh, Frisur. Ja. So. Also, wir haben jetzt zwölf Geschenke. Dann müsste ich doch eigentlich... Ja, gehen wir mal weiter. Also, Ariana Madison, was schenkt sie wieder noch? Achtung, sie schenkt mir... Oh, lecker. Eis. Hashtag Brayden schenkt mir ein Panda-Phone. Sehr süß. Vielen Dank. Unterstrich Lea. First Sunlight. Okay, das kannte ich jetzt auch noch nicht. Tujetta Ersatzi. Eine Schmeißfliege. Vielen Dank. Die ist auch sehr beliebt, ne? Jule Girl 345. Diese Aloha-Flauers. Die gibt es auch sehr oft. Die werde ich auch mal gleich tragen. Ui, das sieht... Hier, das passt richtig gut, oder? Ja, süßes Herzchen-Girl. Herzchen, Herzchen. Schenkt mir noch ein tolles Glide. Ja, das passt jetzt nicht so optimal. Aber ich habe noch eine Hose drunter. Seht man, das ist doch super, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Weiter geht's. Jetzt gehen wir mal einfach zwischendurch irgendwo rein. So, hier. Cookie 1032. Schenkt mir ein Free Dolphins-T-Shirt. Oh, Mann, ich habe es nicht angezogen. Mann, ich blöde. Hier gibt es ein Ball of Yarn. Selfie 4002. Vielen Dank. Mirifan 2015. Schenkt mir ein iPhone zum Umhängen. Danke. Dancekiller 00. Girl top. Hashtag, Hashtag top. Ja, Dankeschön. Natürlich tragen. Nicht vergessen. Ausrufzeichen, Ausrufzeichen, Delal. Ausrufzeichen, Ausrufzeichen. Gib mir hier Blumen. Okay, die kannte ich jetzt auch noch nicht. Sky Love, Sky Herzchen. Das gleiche Oberteil. Das muss ich jetzt auch wieder anziehen, ne? Ja, das ist so ein... Ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh, ja, so ein Mantel. Okay, gehen wir mal hier. Black Girl 425. Was gibt es von ihr heute zu meinem 150. Display? Schicke Frisur. Vielen Dank. Sena Love 1234. Hier eine Party-Prom-Frisur. Kusslippe. Was hat sie denn für mich? Oh, Princess of Darkness. Aber sieht irgendwie cool aus. Hat was. Ausrufzeichen Miley, Ausrufzeichen XD. Hat mir hier so ein... Ja, das finde ich auch cool. Das finde ich immer schön. Was gibt es noch von ihr? Eine Uhr, die ich natürlich auch gleich anziehen werde. Und, oh, hier. Spezielle Grüße von... Ist gleich Cadence. Äh, ist gleich. Sie hatte ich auch schon mal. Da kann ich mich dran erinnern, ja. Ihr seht, wie schnell ich hier meinen Look ändern kann. Ja, dann gibt es hier noch ein Jitem Paris. Oh, war toll. Marie aus Paris. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 30 Geschenke schon geöffnet. So, weiter geht's. Finchen 05. Was hat sie denn Tolles für mich? Achtung. Oh, cool, danke. Die Frisur habe ich mir auch schon mal gewünscht. Aber ich glaube, die habe ich, oder? Habe ich die schon? Weiß gar nicht. Hier gibt es noch wen? Nein, ich bin zum Raum gegangen. Äh, ups, weg, weg. Nein. Ha! Eine Crumpy Couch gibt es. Oh, Mann. Komm, hier, lass mich mal aus meinem... Wie verrückt sehe ich denn bitte aus? So verrückt sah ich ja, glaube ich, noch nie aus. Jetzt habe ich noch eins, zwei Geschenke eben schon aufgemacht. Ähm, Isabella Kiss 2. Was hat sie denn Tolles für mich parat? Eine Trommel. Ui, da kann ich ja... Okay, Dr. Zhivago. Was hat sie für mich? Oh, schick. Sea Light. Danke. It's Hümer. Free Dolphins Tattoo. Kuschelblau. Was hat sie denn für mich parat? Oh, hier. Die Frisur muss ich natürlich auch gleich anziehen. XX Evelyn hat hier eine Scorpio Maske. Zieh ich auch mal an. Wo ist denn das? Sieht man gar nicht, ne? Ne, sieht man nicht. XX Evelyn. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich muss immer ein bisschen laut mitzählen, damit ich hier auch meine 150 Geschenke aufmachen kann. Soft Blocks. Ja, die trage ich natürlich auch mal gleich. Jetzt habe ich hier voll den Wechsel an Frisuren. So schnell kann man das im wahren Leben natürlich gar nicht machen. Lollipop Herzchen. Oh, ein Federrock. Vielen Dank dafür. Da werden wir bestimmt alle sehr scharf drauf sein. Ähm, Pony Sunshine schenkt mir hier ein tolles Kleidchen. Ja. Dann gibt es von Synth Hashtag 10 eine schwarze Frisur mit einem Zöpfchen. Selena 18. Ein Rock'n'Roll Girl. Yeah. Obertoil Pullover. Besser gesagt. Munaleinchen 6, 7. Hat für mich... Was hat sie für mich? Oh, die Spannung steigt. Teddy Damp. Yeah. Die ist süß. Die mag ich. Emily, das Topmodel. Ich muss mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Was hat sie für mich? Okay. Oh, oh. Okay, das ist ein sehr leckerer Kuchen. Mmh. Gehen wir auf die nächste Seite und gucken, was es noch alles für mich gibt. Ja, der weltbekannte Deleted User, den es nicht mehr gibt. Was sind sie denn für mich? Was war... Ich weiß ja jetzt nicht mehr, von wem es war. Aber ich glaube, ich muss mich jetzt mal kurz einloggen. Ja, ich ziehe jetzt noch die Haare an. Ich logge mich kurz aus und logge mich kurz ein. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen schneller. Ich bin jetzt bei Isabella Kiss 2 angelangt. Ja, jetzt geht das auch wieder ein bisschen schneller. Und da gibt es einen Schraubenschlüssel von ihr. Okay. Mi Anme. Was gibt es von ihr? Achtung. Ein Monkey. Ja, ein Äffchen. Wusstet ihr eigentlich? Ich bin ein chinesisches Sternzeichen. Affe. Ja, nur mal so nebenbei. Caprice 2002. Fire Grown. Äh, Kleidchen. Das werde ich auch gleich tragen. Monster Energy. 7, 7. Ja, weiter geht's nicht. Hat mir die Ohrringe geschenkt. So, Sternchen. Oh Gott, wie ich da aussehe. Okay, VIP Unicorn XDD. Was gibt es von ihr? Oh, eine schicke Hose. Die ziehe ich jetzt unter das Kleid, so wie man das trägt. MSP Forever 2003. Was hat sie für mich? Sie hat, oh, hier so ein cooles Oberteil. Passt das auch wieder zur Hose so ein bisschen. Hat sogar was, finde ich. Jetzt muss ich mal hier eintragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ein Drittel haben wir schon geschafft. Black Girl 425. Was hat sie für mich? Achtung. Uuuuh. Oh, ein schickes Oberteil. Und Miri-Fan 2015. Hat. Was hat sie? Ach, da ist mein Tattoo. Ein Diamond Checker Armband. Fire 498. Oh Mann, warum ist das denn jetzt schon wieder so langsam? Das verstehe ich nicht. Na ja, gut. Kann man nicht ändern. Dann gibt es hier noch eine Frisur. Eine neue für mich. Cooler Leon. 1, 2, 3. Hashtag. Was hat er denn für mich? Achtung, er hat eine Schmeißfliege. Ilaydaherz 99. Ja, was hat sie? Sie hat ein Deadly T-Shirt. Okay. In Türkis. Dankeschön. Violetta Vazik Martina. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ah, den Nicksticker Friends. So, dann gehen wir weiter nach hinten. Und ich muss jetzt natürlich die 6 Geschenke hier in meine Liste eintragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weiter geht es mit Lolliboy777. Das Geschenk öffnet sich. Und er... Oh, sogar den gleichen. Violetta 1610. Oh, das gibt wieder richtig viele Geschenke hier in meinem Geschenke-Atelier, sozusagen. Ich kann, glaube ich, wirklich schon so einen Geschenke-Raum aufmachen, wo ich alle Geschenke reinstelle. Das könnt ihr vielleicht mal machen, oder? Was haltet ihr davon? In meinem MSP-Raum, da stelle ich einfach alle Geschenke rein. Ja. Übrigens, die süße Katze 01 hat mir das eben geschenkt. Jetzt kommt was von Taisy VIP Supergirl. Punching Box. Ja. Und ihr dürft übrigens nicht drauf sein, wenn ihr jetzt... Ich hatte ja letzte Woche eine Bedingung gestellt am Donnerstag, die heute drankommen. Das werde ich auf nächste Woche verschieben, weil heute gibt es nämlich keine Bedingung. Ihr könnt euch einfach das Video angucken, müsst nicht kommentieren. Ihr könnt natürlich gerne mal schreiben, wie ihr die Idee findet mit meinem Geschenke-Raum. Und das würde mich freuen. Und vielleicht mache ich das nochmal. Winnie 000 hatte mir das eben geschenkt. Und sie hat mir hier noch ein Homemade-Design-Kleidchen geschenkt. Sehr schick. Und ich gehe, glaube ich, mal weiter nach hinten. Ihr seht, ich habe hier ganz viele Geschenke. Das ist so verrückt. Jetzt muss ich erstmal meine sechs Geschenke wieder eintragen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt geht es weiter mit Vanish Girl. Und was hat sie für mich? Oh, Blümchen. Dankeschön. Kelly Coase. Ja. Was hat sie für mich? Sie hat. Achtung. Wupp. Disco Days. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum MSP heute schon wieder so langsam ist. Das verstehe ich echt nicht. Mann, ich glaube, ich muss mich nochmal neu einloggen, oder? Crimefighter. Hier gibt es noch eine Frisur für mich. Danke von Cat wie Katze. Witziger Name. Like Boss 119. Lp. Oh, die ist toll. Die Frisur. Vielen Dank dafür. Die habe ich mir schon gewünscht. Danke. VIP Kiki 111. Sieht ein bisschen blau aus. Ich hoffe, sie hat nicht zu viel getrunken. Hier gibt es einen Off-Shoulder. Oh, das wäre natürlich was für Fat Friend, ne? Damir Sanela 321. Was hat sie mir geschenkt? Sie hat eine neue Frisur für mich. So, und ich muss mich jetzt nochmal einloggen. Oh Gott. Ich glaube, ich habe bestimmt 300 oder 500 Geschenke-Seiten. Ich klicke hier schon die ganze Zeit. Ich bin immer noch nicht durch. Das gibt es gar nicht. Ich stoppe jetzt einfach mal bei Piosho 4567. Ja, jetzt läuft es wieder schnell. Eine C-Light. Boss 097. Was? Oh, hier. Schickes Make-up. Danke. Angry Bird 374 hat ein Wahl-Tattoo. Shed 07. Ein Kleidchen, was ich jetzt auch wieder über der Hose trage. Ronnie 1501. Ein Fashion-Freak. Oh, total. I'm a freak. Und eine Crumpy Couch gibt es hier. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter nach hinten. Jetzt hier. Hannah-Sophie. Ich muss jetzt mal wieder eintragen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir befinden uns bei der Hälfte. Shop is for you von Hannah-Sophie. Nika 0801. Eine neue Frisur in gelb, nicht blond. Oh, hier gibt es Ballerinas in Leoparden-Blau-Optik. Lillipat schenkt mir einen Löwen. Und Abby 100 Dry. Ein Tränchen. Oh, das ist schön. Morocco-Pillow von Helene-Lol-Girl. Voll. Ausdruckzeichen, Ausdruckzeichen. Danger Woman. Ausdruckzeichen, Ausdruckzeichen. Ich muss mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier. Oh, das ist eine tolle Hose in braun. Die gefällt mir. Die finde ich echt schön. Oh, eine Treppe gibt es auch noch oben drauf. Sehr spendabel. Boldy Locks gibt es von Ray Hanna 2003. In Sideys. Eine Street-Lamb. Selene in. Oh, schicke Frisur. Dankeschön. Lucy Lichtenstein. Sie hat auch einen tollen Namen, wie ich finde. So, da gibt es hier von Lucy 972. Ich muss jetzt mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Au-pair. Emo-Oberteil. Oh, jetzt habe ich auch gleich das nächste Geschenk geöffnet. Aus Versehen. Weiß jetzt nicht, was ist. War auf jeden Fall von Evelyn Brown. Vielen Dank dafür. Hier gibt es ein Free Dauphin-Tattoo. Carlos at 79. Da gibt es eine Uhr. Oh, vielen Dank. Lonnie XD. Herzchen. Oh, jetzt wird es verrückt. Pinke Haare. Ihr seht, man kann hier ganz verrückte Styles entwickeln. Oh, das ist ja cool. Das ist witzig. Hier dieser Donut, den man um die Hüfte tragen kann. So, jetzt möchte ich wieder eintragen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kitty Stilettos. Da gibt es hier in schwarz von April Rainbow. Dankeschön. Mini Mausi eins schenkt mir Dusty Lox. Oh, endlich wieder normale Haarfarbe. Dann gibt es noch ein Oberteil. Und hat sie vielleicht noch eine Hose für mich? Ne, noch eine andere Frisur aber. Und Nina Lenta. Auch eine andere Frisur. Also Frisuren kriege ich hier sehr viel geschenkt. Da freue ich mich natürlich immer. Not that alive. Ja, jetzt wird es witzig. Noch eine komische Maske. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, Katharina STR. Was hat sie denn für mich? Oh, hier. Neue Schuhe. Also Clown-Schuhe. Okay, das ist echt crazy, dieser Look. Breakdance Manner. Scheinmal 988. Hier noch ein Weihnachtsoberteil. Cupcake 7799. Ein Bö-Oberteil. Sarah, Hashtag, Hashtag, Hashtag. Lovestruck. Supper, äh, super, super, 1, 2, 1. Einfach eine Lix-Luxury-Business-Oberteil. Und jetzt gibt es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weiter geht's. Jetzt gehen wir mal. Ey, ich bin immer noch nicht am Ende. Das gibt es nicht. Jana 80808080. Schenkt mir eine grüne Frisur. Okay. Jana 80808080. Schenkt mir hier noch was. Und Jana 80808080. Ein Glitter Zebra-Turbahn. Und was gibt es noch von hier? Eine Badewanne. Dankeschön. Die Lidl-User hat für mich hier ein, so ein komisches, äh, ja, Tuch, was ich mir um den Mund machen kann. Und Girl 03 Ersatz ein Free Whale-Tattoo. Vielen Dank dafür. So, Violetta Love 2003. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Federbox, den werde ich natürlich auch mal gleich anziehen. Keine Namensidee. Ah, die kenne ich doch auch. Sie hat hier eine chinesische Laterne für mich. Und ein I Love You Sticker. Oh, vielen Dank. Ausrufezeichen Lady X3. Einen grünen Feli. Vielen Dank. Was gibt es noch von hier oben drauf? Eine Brille, die ich natürlich auch gleich anziehen werde. MSP YOLO LOL Sweat. Was hat sie noch für mich? Eine Magic Lamp. Da werde ich gleich mal dran reiben und mir was wünschen, dass ihr mir alle erhalten bleibt. Für die nächste Zeit, ja, für die nächsten Let's Plays, für alle Let's Plays, die ich jemals aufnehmen werde. Und, äh, ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Ihr könnt euch auf jeden Fall am Samstag auf ein richtig cooles neues YouTube-Format freuen, ja. Samstag geht's los. Und schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das solltet ihr nicht verpassen. Das ist echt witzig. Mit mir natürlich, ja. Server 2. Okay. So, was gibt's da? Rocker Sign, wuhu. Und was gibt es noch von ihr? Ja, noch ein Rocker Sign. The Oldie XD hat mir eine neue Frisur in schwarz geschenkt. Oh, jetzt sieht's aber auch wieder hier verrückt bei mir drüben aus. Drizzling Rain von Sweetie Girl 8, 9. Und eine neue Frisur von YouTuber Boy 3. Eine kurze Frisur. Dann gibt's hier einen süßen Korb von Belle 3, 6, 9, 3, 6. Und jetzt muss ich mal wieder eintragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weiter geht's. Äh, mit... Gehen wir nochmal ein bisschen weiter nach hinten, oder? Oh Gott, ich bin immer noch nicht am Ende. Seht ihr das? Ich hab schon so oft geklickt. Das glaubt mir niemand. Love Lila 1000. Ich glaub, ich könnte direkt 24 Stunden sitzen, ja? Und eine XXA Mail Time machen. Eine XXXXXXXXXXXXXXXE Mail Time. So, fahr... Oh ja, sehr schön. Den Pulli, den mag ich ja. Von Camilla 04. Jetzt gibt's was von Chevignon Original. Und was gibt es noch von ihr? Achtung, eine Hose. Yeah, jetzt hab ich wieder eine Hose an. Sweet Angel 700 hat noch einen Breakdance-Banner für mich. Yeah. Trag ich natürlich auch gleich ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Äh, Hannah Sophie. Wow, die hat mir echt viel geschenkt. Oder bin ich immer zufällig nur auf den Seiten. Hier gibt's auf jeden Fall neue Wimpern für mich. Künstliche. Ah, einen ganz alten Monitor. Mundstrahl hat aber jemand ausgemistet. Mundstrahl 1 hat mir auch was geschenkt. Und Sophie 488. Ohrringe. Steffi 155. Gibt's hier so ein Stripey in gestreift. Und eine neue Frisur von X. Weißer Panda X. Okay, so. Wen haben wir denn hier noch? Blue Knight 9073. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Countdown läuft. Skyline High. Blaue Schuhe. Vielen Dank. Und was gibt es noch von ihr? Eine Crumpy Couch. Und A, B. Schenkt mir ein Küchenkleid. Ginger 1001 hat eine Basic Jeans für mich. Vanessa 7656. Eine leckere Pizza. Vielen Dank. Und Coolboy 108. Einen Breakdance Banner. Was auch sonst. Den hatte ich ja schon lange nicht mehr bekommen. So, jetzt halten wir hier nochmal. Von Olivia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bekommen wir auch nochmal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Okay. Neon okay. Oh, das ist cool. Das war ich mir auch mal gewünscht. Dankeschön. Und ein Wollknäuel für meine imaginäre Katze. Und ein Deleted User schenkt mir einen Nagellack. Was gibt es noch vom Deleted User? Ein Auge und einen süßen Panda am Telefon. Und ein anderer Deleted User hat mir ein I Love You Sticker geschenkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, eine jetzt, die letzte. Die letzte Seite, ganz nach hinten. Meint ihr, ich schaffe es noch bis auf die letzte Seite? Ich bin echt gespannt, ob ich das schaffe. Achtung. Uh, oh Gott. Das kann Ewigkeiten dauern, oder? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt so viel. Ich bin ja schon so weit hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr seid verrückt. Aber ihr seid die Besten. Danke. So, okay. Jetzt halt ich einfach hier. Ich schaffe es nicht mehr. Jana 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0. Hat mir, oh, eine Eisskulptur. Einen eingefrorenen Gartenzwerg. Dankeschön. Tom Linson Stiles 4, 3. Hat ein schickes Kleidchen für mich. Und was gibt es noch von ihr? Noch ein anderes Kleid. Und, ui, der hat ja hier die ganze Seite, ja. Noch ein anderes in einer anderen Farbe. Das gleiche in einer anderen Farbe. Und noch andere Schuhe. Nessie I9-0-9-0-1. Eine Glühbande. Ja. Und da geht mein Licht auf. Wie gesagt, ich habe mich riesig gefreut. Wir haben jetzt die 150 Geschenke geöffnet. Was war das denn für eine Mailtime? So verrückt. So was gibt es gar nicht. Seht euch mal meinen neuen Look an. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hatte Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich bedanke mich riesig bei euch. Ihr seid wirklich die besten Fans, die man sich wünschen kann. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche bei der Gamescom dabei. Bei meinem Meet & Greet auf der Gamescom. Ja. Macht's gut. Bis auf die nächsten 100 oder 200 oder 300 oder 400 oder 500 oder 1000 Movistar Planet Space. Tschüss. Eure Miri.